Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play League of Legends, bla bla bla, alles nochmal neu hier. Mich hat es gerade gleich am Anfang rausgehauen, wunderbar, ich freue mich super. Wir spielen mit Joghards, weil ich wollte hier nicht mit Jax spielen und ich wollte auch nicht mit Jako spielen, weil wir das so oft machen. Mit Yi wollte ich auch noch nicht spielen, da ich hier noch nicht so richtig kann, kann ich aber auch machen. Ja, alles erklärt, Wolke ist jetzt Timo da, jetzt alles nochmal ganz schnell erklärt hier. Ich hoffe, mich hauset schnell rein, weil irgendwie, weiß nicht, ich habe gerade, ich spiele seit 3-4 Stunden, spiele ich mittlerweile schon. Und es gab keine Probleme und jetzt auf einmal, oh, ja, komm, ich beende mich einfach mal. Wunderschön. Das Problem hatte ich aber auch schon ab und zu mal, das ist, waren das genau die ich weiß ich jetzt auch noch nicht, aber. Das Tollste ist ja wirklich, dass ich mit Joghards absolut keine Erfahrung habe und jetzt sowas. Ihr seid die Geistschwelle der Welt. Jetzt hilft mir natürlich auch keiner beim Blue mehr. Das muss jetzt einfach passieren. Na, jetzt ist es zu spät. No, I should, I'm talking, fuck, idiot. Auf, klar, oh mein Gott, no. Der Sturm ist weg, er sprangt. Und hier, das ist Blut, das Spiel beginnt super. Einfach super. So, dann hauen wir mal jetzt drauf auf das Wii und hoffen wir, dass wir dabei nicht sterben. Oh mein Gott, das ist so nach ihm, dass wir uns gehen, dass wir fangen. Ja, ich glaube, du wirst da dran schon sterben an dem Spiel. Quatsch. Das ist schon fast dauernd. Nein, ich wohne nicht unter einem Bett. Echt? Nein. Da haben wir ein Rengar gebraucht, oder? Ja, zwei. Du bist geil gerade. Nein, ich wohne nicht unter einem Bett. Die Stimmen sind die Geistschuld der Welt. Finde ich total gut. Okay, also der Rengar auf meiner Lane ist jetzt schon mal tot. Das finde ich sehr gut. Na, ich brauche echt eine Menge tränke jetzt. Echt schlecht, oder? Oh, was du? Hast du eigentlich losgegangen? Der Rengar ist für mich hier noch untertrieben. Dadurch, oh, da du Schugart ja öfter spielst, äh, tust du bei Schugart die, ähm, eh, dauerhaft an. Eingar! Ha! 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 Hallo, ich habe mich da was gefragt. Lässt du die E dauerhaft an dem Jungle? Äh, wie gesagt, mit Schugart war ich noch nicht im Jungle, aber auf der Lane, dass ich die dauerhaft annehme. Ach, die macht er gar keinen, ach, die macht er gar keinen. Ist ja kostlos. Okay, gut, dann lasse ich das mal. Ja, ja, die zieht kein Mana. Ich bin mir nur nicht sicher, ob, wenn du die anhast, sich, ähm, das Mana langsam auflädt, aber, das macht eigentlich, irgendwann ist das auch egal. Oh, oh, ich könnte am Du jetzt sterben. Oh, ja, ich sterbe. Oh mein Gott. Ja, ich muss weggehen, das schaffe ich gar nicht mehr. Das ist natürlich jetzt echt scheiße. Und alle heulen rum, juhu. Okay, ich habe mir hier mal ein bisschen was aufgeschrieben, was ich, äh, mir holen soll. Und am wichtigsten ist so ein komisches Eisschild. Ähm, am wichtigsten war dieses komische Eisschild. Da haben wir es noch, Geisterschleier. Rüstung und Mana gibt das. Ah, gut, dann kann ich verstehen, warum das so wichtig ist. Ich auch nicht. Ich meine, Shogart verbaut auch nicht ein bisschen Mana. Ich habe kein Buch verstanden gerade. Ich habe das... Shogart braucht auch kein bisschen Mana. Was? Boah, der ist lauter. War Spaß. War das jetzt Ironie oder ja, wollte ich gerade sagen. Natürlich war das Ironie, Shogart. Kannst du mal kurz dein, ähm, Steam nochmal neu starten, nochmal... Also dieses Gespräch nochmal neu starten und... Nee, gerade schon gestorben. Nee, vergiss es. War eine Präge. Ein Gegner verfällt in den Drang. Ey, dieser Renga hier auf meiner Lane. Das ist der Wahnsinn. Das ist wahnsinn. Keine Ahnung, was du machst, aber er ist jetzt schon wieder das zweite Mal gestorben. So, jetzt habe ich auch den Kegel, jetzt habe ich alle drei Fähigkeiten. Okay, der Kegel macht, äh, verlangsamt auch, gell? Woher werden wir niemals entdecken? Nee, die, ähm, die Dorn verlangsamt. Der Kegel macht verstummt nur, das heißt, es ist gegen Gegner, also gegen Champions sehr cool. Die können dann halt keine Zauberdinger mehr verwenden. Alles klar. Okay, gut. So, woher werden wir die Bringer hier auf meiner Lane? Das war überhaupt nicht. Die Stimmen sind die Geister der Welt. Der Typ hat eine Stimme, das geht gar nicht, ey. Also ein Lautstärke im Pickel in seiner Stimmung. Und ich dangele gerade sehr sinnlos. Ja, das kommt jetzt zunächst, weil... ...der Dunkelheit wurde getötet. Weil die, äh, äh... ...die Jinx schon gefeated ist. So ein bisschen... Ich muss das Audio mal echt leider stellen, ich verstehe nichts mehr. So, ich hoffe, ich verstehe nicht einfach. Die Jinx ist bei uns hier schon ein bisschen gefeated, das ist ganz wunderbar. Ein Gegner wurde getötet. So muss das sein. Ein Verbündeter wurde getötet. Nein, das gibt's nicht. Seid ihr echt beide gesprungen? Na, guck dir mal Jinx an, wie wenig Leben die hat. Ich hab mir nicht mal... Ich hab mir nicht... Meine Kuh brauchte noch 0,2 Sekunden. Und dann hat sie ihre Scheiß-Rakete auf dem Tauch gebaut. Also nicht die Ulti, sondern die Normal-Rakete. Nämlich rechts. Hihihihi. 1, 2, 0. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ein Gegner... Ich bin gleich... Level 6 und kann anfangen mit fressen. Sehr gut. Der Rengar, der feedet hier schon mega rum. Der ist schon viermal gestorben. Das ist klasse. Ja, find ich auch gut. Würdest du ganz kurz mal hier zum Blue kommen? Schnell bitte! Ja. Warte, warte. Nein, vergiss. Bin tot. Oh mein Gott. Kannst du mal... Hau den Blumen ab, bitte. Es ist weit down. Oder hol den komplett. Oder... Warte, ich nehme meinen Smite einfach. Was ist denn jetzt? Sehr schön. Ihr werdet nicht entkommen. Nein. Da hab ich's tot gemacht. Scheiße. Ich wollte's doch fressen. Wie viel fress ich denn? Ich mache... 300 absoluten Schaden. Eure Leiden werden niemals in... No, no, no. Ich hab's gefressen. Wer wird zuerst gefressen? Oh mein Gott. Nein. 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 Boah. Ich hier mal rumrenne mit Sugar-Zoo. Hilfe. Also allgemeiner als Jungler. Zurzeit hört man eigentlich nur... Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Oh doch 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 doch. Ja, so ungefähr. So, ich geh mal gleich auf das gefrorene Herzen. Das hab ich auch gleich. Eure Stimmen sind die Geistre der Welt. Was macht denn... Wunderte Rüstung. 400 Mal in der 20 Abklingzeit. Verringertes Eingriffstempo von nahen Gegnern an 15%. Ist doch nice. Der Gegner hat einen Ton zu spät. Ich... werde... Ich kann mich nicht drücken. Es geht gar nicht drücken. Ah. Ich komm grad mal runter zu euch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da was erreichen kann. Die Jinks hier. 6, 1. Okay, wir müssen den... Naja, genau den. Reiß ihn an. Der geht nicht. Guck mal, wie Jinks mich runterhaut hier. Die ist so dermaßen gefiedert schon. Mh. Ist natürlich mega uncool jetzt, ne? Ja, weil der Rengler. Guck dir den Rengler mal an, joh. 0, 5. 1. 1. 3. Guck dir auch nicht wirklich besser, aber... Das ist ja Wahnsinn. Dann steht ja da grad die ganze Zeit einfach nur sinnlos neben dem Turm rum und macht nichts. Naja. Also da rennt ich nicht rein. Das geht gar nicht. Gegen die Jinks keine Chance mehr. Bleib einfach im Turm und versuch genau von uns. Boah, ich stelle jetzt die Stimme von dem Typen ab. Das geht ja gar nicht. So, jetzt hole ich mir das Viecher. Und gleich fresse ich's. Moment. Dein Gegner wurde getötet. Okay, jetzt könntest du angreifen, wenn du full life bist. Naja. 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 Eine Dunkelheit ruft. Ist bei uns einer AFK? Naja. Nasus ist gestorben. Alles klar. Nasus mit 1,4. Yay. Naja. Das heißt, Master Yi ist ebenfalls gefiel. Den hat sich glaube ich sogar gerade mein Red geholt. Naja. Ein Gegner wurde getötet. So klassisch. Ein Verbündeter wurde getötet. Mehr doch nicht. Zwei, drei. Der Heimatdinger, was macht der denn eh? Wahnsinn. Der Wahnsinn. Der Heimatdinger ist auch eine westliche Kreatur. Achja, dass ich was geholt. Ich übernehme jetzt die Top Bots. Ich werde ihnen enden. Sag mal. Ringer zur Zeit, ähm. We spielen oder? Ähm, weiß ich nicht. Angst vor der Dunkelheit. Yeah. kann ich dir nicht sagen aber ich bin damit mit echten losern zusammen ich bin ja momentan nicht mit wirklichen profis zusammen mit dabei ist ja ich bin ja auch nicht der mega aber das ist der wahnsinn also unser tor ist hier ist aufs platz ok der master hier ist hier Da ist viel mehr über mir, da kann ich nix machen. Kommst du hier runter, hallo? Hallo? Boah, ich dachte gerade, was wird das denn jetzt? Bleibt erst mal stehen und lesbische sterben, Mann, wie je. Jinx ist Level 10, Nautilus ist Level 10. Gott, ey. Sein Spiel läuft nicht so gut. Als nächstes brauche ich das Höllenzeptor. Das kannst du dann vergessen hier, ey. Die Geistel der Welt. Renga, oh, das ist doch wahnsinnig. Mit so wenig Leben will der jetzt hier rein rennen. Ja, manchmal denkst du dir echt so, okay, gut. Mann, lass mich mal einen zum Pressen. Das ist doch so klar, dass der jetzt stirbt. Ja. So wie der spielt. Ich brauche Hilfe. Oh mein Gott. Kommst du jetzt mal? Ja, du bist doch nicht. Nein, nicht du. Nicht du, nicht du. Ich meine nicht dich. Ich habe nicht dich gemeint. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich will nicht meinen Farm verlieren. Boah. Angst vor der Dunkelheit. Ich hatte gerade ein Heimer gemeint, der ist nämlich so sinnlos hier rumgelaufen. So. Was, ich auf der Botte. Oh Gott, eh. Ein Verbündeter wurde getötet. Das gibt's nicht. Mit dem Team kriegen wir hier echt gar nichts hin. Ja ich würde noch nicht so einfach ein bisschen gechillt und ein bisschen zocken. ich bin ganz zuversichtlich gerade als ich bin habe jetzt den fünften feed ich bin schon recht der ego dragon ja was soll ich das machen das problem ist nur wir können jetzt nur hoffen dass die fehler machen und dass wir das spiel bis bis wir level 18 sind dann ist ja alles wieder ausgeglichen aber bis dahin also ich werde mich auf jeden fall versuchen nicht töten zu lassen ich bin jetzt mittlerweile im sechsten fieder ich habe uns vollständige fieder reicht wie du siehst du dich ein bisschen an mein jungler gütlich wenn ihr mit red und blue lässt kannst du den rest alles haben oder holt ihr den red von mir aus auch ja jinks ist hier und links ist hier links und ding es geht doch nasus guck mal eine attacke leute hier oh mein gott merkst du das krass das geht keine chance ja ich wäre so deswegen versuche ich ja nicht zu sterben und viel zu fahren du zum beispiel hast gar keinen form ist richtig weil ich nicht dazu komme natürlich noch ganz kurz hier ein bisschen fähigkeit stärke ich werde ihnen in stratt ich werde ihnen in stratt ich werde ihnen in stratt oh mein gott ich habe recht hilft dir helft dem nasus helft dem nasus der ist die stirbt nice ich habe sie gefressen oh fuck ich habe mir verfliegt rennen 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 wohin denn ich kann nicht hin ich werde festgehalten 2 42 aber hier guck dir den recker an 0 9 0 9 25 mit jetzt hat er gerade gekillt ich weiß ja ob man sowas in worte fassen kann ich weiß nicht ob da das wort schlecht ausreicht das auszudrücken also ich hätte den anderen fast noch gekillt schade zugestorben ist dabei weil die das fressen habe ich so oft einfach mal nur das ist richtig geil was für eine geringe abklingzeit das hat ich habe gerade jings auch gefressen weil ich sie zum fressen gerne habe ist halt so ein süßes brüch gemacht ja süß guck dir den recker doch mal an äh ich hab fast jemand nicht Oh mein Gott. Nein, ich will meinen Feet nicht verlieren. Ich will meinen Feet nicht verlieren. Ich will meinen Feet nicht verlieren. Rennen. Oh mein Gott. Nein. Keine Schöne...